Hallo, Servus, mein Monaco, du Dirk, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute zeige ich euch meine Top-Tipps für das Kufsteiner Land. Wer hätte geglaubt, dass Kufstein nur knapp eine Stunde von München entfernt ist? Jetzt sagen wahrscheinlich alle ja, das wussten wir schon alle, ich wusste es noch nicht. Ich habe mich damit nicht befasst gehabt, war auch noch nie zuvor hier. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich nicht mal in einer Stunde hier war und das sogar ohne finierte. Hier kommen meine absoluten Tipps, die du nicht verpassen solltest, wenn du nach Kufstein fährst. Und am Ende habe ich noch einen ganz, ganz tollen Tipp für dich, wenn du sonntags nichts weißt, mit dir anzufangen. Also bleib auch bis zum Schluss dran. Ich bin der Max, wir sind heute da bei uns in der Birolbrauerei in Schwoich bei Kufstein. Wenn du mal bei uns vorbeikommst und ein paar interessante Biere probieren wolltest, dann würden wir uns freuen. Wir haben auch noch ein Restaurant dabei, wo ihr nachher gut essen könnt. Wir würden uns freuen, wenn wir einige von euch bei uns sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt auch mein ultimativer Tipp für den Sonntagsausflug, nämlich Brunchen in Kufstein. Dazu empfehle ich euch das Wellnessschloss Panorama Royal, denn hier habt ihr einen Brunch, der wirklich keine Wünschen offen lässt. Mega Auswahl, super lecker, geiler Service. Ich sage es euch, es macht hier einfach Spaß. Und ihr seht es in den Bildern, wirklich alles, was es gibt, gibt es. Es ist der Hammer. Und das Schöne ist, wenn man öfters hierher kommt, muss man nicht glauben, dass man immer das Gleiche kriegt. Es gibt hier verschiedene Mottos und dementsprechend kann man sich immer wieder neu überraschen lassen. Und was ihr nach dem Brunchen machen könnt, das habt ihr ja gerade eben jetzt gesehen. Oder für die, die es etwas ruhiger am Sonntag angehen lassen wollen, die können ja anschließend noch ein bisschen Wellness machen. Und dann wieder ganz entspannt zurück nach München. Ich hoffe, meine Tipps haben euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da oder noch viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt einfach mal rein. Vielleicht ist was dabei für euch. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.